Am besten Abrisspfeile, ne? Für die. Gerade hier vorne. Ob es wohl noch eine Brutstätte mit Überbrückungsdaten für die da gibt? Ich glaube nicht. Ich bin aber noch nicht höher hin. Der ist doch gerade hier lang gelaget, oder nicht? Ich sehe hier halt gar nicht mehr. Da hinten ist einer. Okay, der blitzt jetzt. Ich kann den schon mal sehen. Das habe ich ja auch getrennt, die Waffe. Okay. Und jetzt ist er weg. Kannst du mal nicht mehr auf mich schießen? Ich glaube, da liefern wir gerade. Da ist einer. Das war nicht der Tankgenerator. Oder? Minenwerfer. Minenwerfer. Okay, das waren die Minenwerfer. Das Ding ist aber hier ist noch einer, ne? So. Rebellen aus dem Posten. Da hinten. Okay. Da ist er. Noch einer. Noch einer. Oh, schade. Und am Boden. Okay, jetzt geht es nur noch darum, Schaden zu richten. er hat einen schritt gespürt im controller okay das waren schon mal beide antenne pfeilgewehr zahngeneratoren wächter und sowas leuchtet da hinten noch hinter dem feuer irgendwo hier aber jetzt müssen wir erstmal gucken wo die beiden pirscher rumpirschen mal sehen tue ich im moment nicht beide haben kein gewehr mehr aber immer noch ihre scheiß tagen generatoren dabei sehen kann ich hier auch nicht ist der eine hat die flucht entgriffen irgendwo nach da hinten da hinten er hat gesessen der funk irgendwie nicht kann sein jetzt wird er da oben hin da schleicht er lang da daneben sie ist funken jetzt auch nicht mehr gott pirscher jagen ist so anstrengend da ist einer da rennt er das habe ich gehabt da steht da da war er gerade da ist noch einer das war glaube ich der tanken ja wohl sehr nice das war der erste weiß nicht wie viele insgesamt sind bisher sind mir zwei über den weg gelaufen einer ist hier einer steht da unten woher steht da ich sie es funken woher steht da da kommt er da kommt er das war auch sein tagen generator ich muss mir was anderes überlegen habe ich den schon erwischt oder noch nicht der war neu oder oh das ist sogar ein spitzenpirscher okay das waren dann auch alle ist so ein letztes ich hoffe das war's ich hoffe in ständig dass das alle waren wenn ich habe nämlich gleich ein problem das versucht die augen aufzuhalten auch die tagen generatoren ganz dringend ja gut für den blitz hier oben aber besser haben als brauchen ne ich weiß trotzdem nicht wo die platte hier sein soll ich kann nämlich nicht orten ich will hier in dem gebiet ich raten müsste ich sagen irgendwo hier aber ist ihm nicht ich bin halt auch nicht angezeigt oder ich kann ihn noch nicht haben ich war hier ja noch nicht kletterkiefer ok das man bringt hier nicht viel feuerkletterkiefer ok der ist auch schon leicht angehittet ich glaube das mit der platte ist eine verarsche gewesen festmarker technisch aber da gibt es eine höhle aber in fragezeichen ich meine hier soll es auch ölen geben da ich hätte gar nicht die pirscher machen brauchen jetzt ist sie wieder weg willst mich verkeiern sie wurde mir doch gerade angezeigt oder bin ich blöd da 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 ist sie oh Gott Junge 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 von überall sagst du diesen scheiß Grünland Müll da kann ich mich tot schmeißen und jetzt finde ich eine Waffe ne das Grünland wird als Upgrade Material angeworben sag ich mal und dann finde ich so eine Drecksplatte äh dann finde ich so eine scheiß Waffe und was ist die braucht Platten so hier waren wir schon mal hier ist die nächstgelegene Platte aber ich glaube das können wir uns abschminken setzwei we go back here und machen jetzt erstmal das Ding und danach machen wir den Ferro Bunker ok klingt doch nach dem Plan ich bin da auch sehr gespannt drauf deswegen ich halte euch nicht mit Absicht hin sondern ich guck halt nur dass wir es irgendwie so hinkriegen das klappt eine Ruine der alten Welt eine Ruine der alten Welt was wohl im Inneren ist da ist ein Ladeterminal ok Zeit sich umzusehen ja wollen wir mal gucken dass wir da auch irgendwie reinkommen ne Batterie hier ist irgendeine Art Gerät es braucht wohl Strom Lüftungsschacht ich sehe aber nicht wo die Batterie hier ist ach da oben ist die drinnen alles klar verstehe eine Energiezelle instabil das Ding entlädt sich aber schnell so wieder aufgeladen und ein Aufzug es klappt es klappt ok aber wir brauchen eine Kiste sehe ich das richtig weil sonst kommen wir nämlich wo ok da stehen so ein paar es schneit nicht mehr im Moment zumindest ok ich höre das Gerät glaube ich was wir suchen da sind Klumpen komme ich aber nicht hoch aber hier komme ich hoch aber hier komme ich hoch was ich mich aber so richtig mache naja Hauptsache ich erstmal oben ok wohin jetzt da ist ne Kiste da ist ne Kiste da ist ne Kiste könnte nützlich sein dann lande ich erstmal hier hm eine Kiste könnte nützlich sein weiß nur noch nicht wofür Ah da gehts durch ok für den Fahrstuhl wahrscheinlich jetzt mal hier komme ich nicht so einfach über noch nicht warum die fahrstuhl brauchen aber wir werden sicherlich gleich erfahren bitte weiter so dann haben wir den fahrstuhl wieder runter die kiste dabei das könnte helfen so dann fahren wir hoch hier aus kann ich sie nicht erreichen das ding ist da oben drinnen wir brauchen wir noch eine kiste hier drauf ach warte brauchen beide kisten auf jeden fall hier bevor ich jetzt scheiße baue hier sind noch irgendwas irgendwie weiterhielf ich meine die kiste auf dem fahrstuhl kriegen ist nicht das problem das problem ist nachher wieder auf dem fahrstuhl drauf zu kommen wenn die kiste auf dem loch steht also wir brauchen hier noch eine kiste da drüben ist eine die frage ist wie kriegen wir die rüber naja ich glaube ich weiß ungefähr wie ach nach unten jetzt müssen wir da irgendwie hoch ja 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 so nicht Kann ich nicht zwei Sachen zum Festhalten? Warte mal, da war doch noch was. Und dann so. Das war die Kiste, Junge. Äh. Nee. Hier war noch Feuerklimmer irgendwo. Eine Art Schalter. Wozu der wohl gut ist? Ja, benutze ihn nochmal. Was war das? Der Schalter regelt wohl diese alten Lichter an den Schienen dort oben. Ah, okay. Aber was bringt mir das? Kann er hier nicht durch... Kann er hier den Feuerklimmer nicht ausrüsten? Also betätigen? Von hier hin. Der fährt da hin. Der fährt da hin. Alles klar. Gott, wie schnell soll ich ein Dasein? Was ihr das von der Seite hier macht? Ganz verkehrt sind, schaffe ich gar nicht. Nee. Dafür muss der Feuerklimmer erstmal weg. Komme ich denn... Dafür muss der Feuerklimmer da erstmal weg. Rüber. Komme ich denn hier irgendwie durch? Auch nicht. Hä? Jetzt schläg ich mich grad maximal blöd an, glaub ich. Muss da irgendwie hochkommen? Erwischte ich die zufällig von hier. Warte, da war's doch gerade. Und jetzt hängt's fest. Scheiße. Warte. Ja, ja. Zu schnell. Ja. 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 Jetzt mach doch, Mann. Ja. Ja. Warte. So. Zack. Jetzt komm ich da jetzt hoch von hier. Jawohl. Aha. Hier oben ist eine Kiste. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so gewollt war. Ich glaube fast nicht. Ähm. Jetzt könnten wir eventuell mit der Kiste darüber. Wir kriegen die hier auch rüber. Ja. Keine Ahnung, ob das richtig ist, ob wir machen. Vielleicht mit dem Feuer glimmern, wenn wir den weg machen, dass hier irgendwas einstürzt. Sehr gut. So. 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 Okay. Jetzt ist das frei. Die Kiste kriegen wir doch so rüber, ne? Okay. Ich glaube, das war nicht so gewollt, dass wir das so machen mit der Kiste, oder? Ich glaube, da haben wir das Spiel ausgetrickst. Weil die Dinger hier einfach viel zu schnell sind. Die Feuer glimmern haben wir jetzt auch. Ich hoffe, es hat sich nur gemacht, damit er weg ist. Ich kann die Kiste nur noch runterkriegen. Bewegen und Warnheiten. So. Und dafür. So, jetzt ziehe ich die raus. Das hat doch nicht so gut geklappt. Nee, hier nicht. Okay, dann hier rüber. Dann hier. Nein. Nein, komm. Warum? So gut. Ach, Manu. Die scheiß Kiste jetzt mit. Und jetzt. Ach, warte, ich bin doof. Warte, warte. Noch mal ziehen. Wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Wir muss eine in den Fahrstuhl, eine muss auf den Fahrstuhl. Das heißt, wir stellen die jetzt erstmal hier hin. Rufen den Fahrstuhl. Wir drehen da einmal hoch. Schmeißen die Kiste drauf. Und dann damit. Vorzugsweise direkt aufs Loch hier. Was nicht geht. Ganz toll. Und dann. Wieder zurück. Die andere Kiste unten rein. Dann mal wieder hoch. Die geht's wieder raus. Dann sollten wir jetzt da hochkommen. Und dann sollten wir auch da drüben gleich hochkommen. Oder auch nicht. So, jetzt. Und dann sind wir oben. Geschafft. Halali. So, wo ist die Geräte? Da. Noch ein Ornament. Ich sollte zurück nach Vegas und das Demo geben. Die Rechnung. Wo ist es? Äh. Da. Zwei fehlen noch. Die Rechnung. Das geht auf mich. Was für ein Haufen Scheiße. Aber wir haben uns wohl alle von Kiles Gerede blenden lassen. Man konnte sein pausenloses Gequatsch über diesen Riesenbonus, den er für seine Show am Montag einstreichen wird, ja auch schlecht ignorieren. Bis die Rechnung kam. Die 21.000 Dollar Rechnung. Und dann führ uns auf. Zum ersten Mal an dem Abend war da kein Keil. Kein Keil, der über seine eigenen blühen Witze lacht. Kein Keil. Nirgendwo in dem ganzen verdammten Club. Aber kennst du den alten Spruch? Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas? Tja, Irrtum Keil. Goldene Tukane Ende. Natascha. Oha. Dort hat Keil wohl jemanden verkackert. So, damit haben wir das auch. Könnten wir rein theoretisch gleich abgeben gehen. Hier ist ja jetzt eh nichts mehr für uns. Und dann lass uns da mal schnell hinreißen. Dann geben wir die Sachen eben ab. Dann ist das weg. So, damit haben wir die Sachen geお願いします. Vielen Dank.